Ich bin Evelyn. Ich arbeite in der Alpha-Elektrotechnik KG als Projekt- und Produktenmanagerin. An der HFTM in Grenchen konnte ich letzte Woche den Abschluss aus Diplomierte Technikerin HF in Elektrotechnik abschliessen. In meinem Dayzeitstudium habe ich 80% in der Alpha-Elektrotechnik KG gearbeitet, im Bereich Traxio, wo man kundenorientierte Lösungen umsetzt. Im Bereich Traxio stellen wir Hochspannungskabel für die Bahn her und das weltweit. Ich habe die Chance bekommen, meine Arbeit, die ich in der Alpha mache, mit meinem Diplomabett zu verknüpfen und so den Abschluss an der HFTM umzusetzen.